Hey YouTube! Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Stranded Deep auf meinem Kanal PS4. Jetzt darf weiter gehen. Jetzt passt ihr neu auf YouTube, ich hab was vor. Oh Gott, ich hab so einiges vor, aber ich kann das nicht erfüllen. Na, flitzen zu ruhig, aber ich bin... Ich komm hier einfach nicht hoch. So, warte kurz, wir haben's gleich. So, pass auf YouTube, ich habe, ich habe etwas gefunden und da möchte ich jetzt mit euch gemeinsam dorthin. Das ist ziemlich cool. Okay, das ist nämlich ein Endboss. Ein Boss, den wir töten können, okay? Da möchte ich jetzt hinsegeln mit euch und den gemeinsam töten. Ich weiß, ich muss nur Richtung Mond, war das? War das direkt zum Mond? Ist ja wurscht, ich glaube, ich werde es dann sehen. Es wird jetzt eh dann heller. Passt schon, das ist die Richtung, die wir segeln müssen. Ich habe mich auch schon vorbereitet, ich hoffe, das zieht. Denn wenn es nicht zieht, dann ist es ein bisschen arschig. Aber ich habe jetzt ein paar, ein paar Sperre habe ich jetzt mit. Und, ja. Keine Ahnung. Wir werden dann sehen. Ich werde, glaube ich, jetzt cutten und wir sind jetzt in Dortmund und dann erledigen wir ein Seeungeheuer. Gemeinsam. Hoffentlich schaffe ich's. Ich habe schon versucht. Ich war, ich war schon dort. Es war einfach ganz zufällig, habe ich's entdeckt. Denn eigentlich wollte ich, ähm, schon mal auf eine andere Insel segeln und dann ein Video starten. Äh, dann habe ich den entdeckt. Der hat mich entdeckt. Er hat mich gegillt. Und dann hatte ich keinen Bock mehr und habe aufgehört. Und jetzt habe ich mir gedacht, hey, komm, für ein Video ist das schon gut. Versuchen wir den zu killen. Ich bin auch richtig unterwegs, ja. Ist auch gar nicht so weit weg. Aber ich wollte ja jetzt cutten und wir sehen uns dann dran. Okay. Bis gleich. Oh, YouTube. Wir werden verfolgen von einem Kacke. Da war er gerade, oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist das Ding, wo wir hin müssen, okay? Da ist unser erster Boss. Also unser erstes Ungeheuer. Das Kackproblem ist nur, ich kann den Anker nicht werfen. Hier in der Gegend, ne? Also, ich weiß nicht, wann ich den nicht mehr werfen kann. Fallen lassen? Ja, äh, ist schon vorbei, oder? Geht schon nicht mehr. Anker raus, geht nicht. Und hier jetzt. Hier ist. Ich versuche direkt, das Schiefe anzusteuern. Dass mein Floß sich da irgendwie verkallt. Damit es mir nicht abbruscht, weißt du? Er wird nicht an, sagt der Name. Hier ist er. Der Winzling. Er juckt nicht. Megalodon, Bruder. Das wird lustig. Aber der ist gar nicht so groß. Der futtert halt einen Ball, aber so groß ist der gar nicht. Pass mal auf. Lass mal schauen, ne? Okay. Ich bezweifle, dass ich es hinkriege. Aber ich werde es versuchen. Oh, ich bin schon runtergefallen. Wo ist er? Mega. Nein. Mega, man hat mich. Oh Gott. Einmal troffen. Oh, fuck. Ich befürchte das Schlimmste. Ich glaube, der killt mich jetzt. Haben wir schon ein bisschen abgezogen? Der mit. Ich werfe einfach die Dinger. Mitten im Controller ist das. Oh, er kommt. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Runtertauchen. Runtertauchen. Wir müssen einfach zickzack dauchen. Dann kriegt er uns nichts. Scheiße, wo ist er? Ganz unten? Was ist das? Irgend so komischer Fisch. Wow. Nein, ich glaube, er hat mich gleich. Er hat mich. Scheiße, er hat mich. Ich habe nichts abgezogen. Das ist gar nichts. Oh, der Typ ist einfach zu brutal. Der Typ ist einfach viel zu brutal. Dammit. Gleich nochmal. Gleich nochmal. Das ist gar drauf. YouTube. Wir brauchen auf jeden Fall eine andere Taktik. Das ist schon mal eine Fixung. Pass auf, ich habe einen Plan. Ich habe einen Plan. Ich weiß nicht. Weil, falls ich wieder sterben sollte, ich habe immer gedacht, ich husch schnell auf diese Insel hier rüber und bauen mir kurz was zum Speichern, dass ich es nicht immer so weit weg habe. Weißt du ja? Ich weiß echt nicht. Auf jeden Fall brauche ich eine andere Taktik. Das hat einfach nicht zogen. Unterpassung ist einfach Heimvorteil, ne? Das muss ich mal machen. Sobald ich jetzt kurzen kann. Das ist mein Leben. Ich könnte mich vielleicht auf den Wal draufstellen. Ich glaube, er dann immer wieder kommt. Ich würde den schon gerne killen jetzt. Aber ich glaube, mit diesen Holzsperren-Dinger habe ich echt keine Chance. Aber ich kriege gerade nichts anderes hin. Und irgendwie juckt es mich gerade so richtig in den Fingern. Jetzt komme ich. Ich kann einfach nichts wenden. Aber das Ding ist kacke. Wir segeln da doch kurz hin, oder? Schande, ich weiß nicht. Muss mein Fluss irgendwie so... Na komm. Versuch kurz zu wenden. Kann ein bisschen Dauer mit dem Fluss. Ach Gott, keine Ahnung. Warum ist das so schwer steuert? Ich muss das mal wieder auf dem PC zocken. Mal gucken, wie es auf dem PC ist. Auf dem PC sind die Probleme glaube ich nicht. Ich verstehe sowieso nicht, warum sich das Spiel so großartig unterscheidet von der PC-Version. Also es ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Regale kannst du nicht machen. Toll, super. Ohne Regale hat das Spiel sowieso für mich keinen Sinn hier. Ich habe meine IKEA-Kassel und sonst funktioniert das nicht. Hey. Oh fuck, warte, jetzt wird's stürmisch. Weißt du, ob ich doch speichern gehen? Scheiße. Ich kann einfach nicht richtig wenden. Was ist das für ein Ding, oder? Oh ja, ja, ja. Jetzt kommt ein Sturm. Das ist jetzt gar nicht gut. Und wenn's jetzt richtig brutal wird, kippt mein Floß und ich bin sowieso im Arsch dann. Oh, ja, okay, das ist zu brutal. Ah, ist nicht gut. Ich glaube, der Sturm wird uns einen Strich hier in die Rechnung machen, oder? Sagt man so so? Kann planen jetzt. Ah, das ist fies, das ist fies, wir kentern gleich hier. Moment, ich kann mich eigentlich dorthin treiben lassen. Oder? Und dann haben wir so ein bisschen ein Keilen hier. So. Direkt mal so. Dürft ja eigentlich jetzt nichts versieren, oder? Oh, 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 mein Floß kippt. Aber vielleicht nur unten, weil ich oben stehe. Wow! Was ist das für ein Typ? Dammit! Was ist denn das für ein... Oh mein Gott! No, 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 no. Der ist so richtig brutal. Springt in mir so einfach mal mir nix, die nix ins Gesicht. Oh, der kommt wie runter. Nee, 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 nee. Ich hab keinen Bock mehr. Ah, kommt er. Ja, okay, kommt. Okay, gut. Der hat mich, der hat mich. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich hätte auch speichern sollen. Weil ich immer nix treffe hier. Ja, das war's. Ich bin schon wieder tot. Springt der mir ins Gesicht? Wow, das ist so eine Scheißfolge. Wir müssen das definitiv anders machen. Wir müssen die Sache ganz anders rangehen, okay? Also, angehen. Rangehen, angehen. Oh Gott, Alter. Eine Tonflasche. Abwehrmittel. Ah, ich glaub, das ist nicht so. Ich muss kurz gucken, ob ich mir noch irgendwas machen kann. Bei einem Bogen. Ich glaub, das funktioniert unter Wasser nicht. Ah, dafür brauch ich aber Leder. Weil die wären sicher effektiver. Aber sonst kann ich nix machen. Die, Harpune oder so, die hätte ich gern. Müssten wir aber als erstes irgendwas sparen. Dass wir hier ein bisschen Handwerksstufe aufsteigen. ein Feldbild, ja. Das wär's auch. Unterwegs, einfach mal zum Speichern. Nee, YouTube, ich denk echt, ich denk echt, ähm, ich hab mir hier zu viel vorgenommen. Krieg den Typen einfach nicht klein. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, ob man den anzünden kann. Jetzt lass mich mal kurz testen. Aber ich glaube nicht, oder? Lass mal kurz testen, ob das überhaupt funktionieren wird. Das war's. Hm, ich glaub, ich glaub mit dem, was ist denn nix? Nee, ist ja auch gar nicht. Ja, gut. Okay, ich glaub, das ist, funktioniert nur in anderen Spielen, in diesen hier nicht. Hm, was hätten wir denn sonst noch? Ich muss den, ich, ja, fertig machen muss ich sowieso irgendwann nochmal. Das ist schon mal fix so. Aber ich denk, mit diesen komischen Kack-Holzsperren, und ich hab ja auch kein Aim, also ganz ehrlich, mit dem Controller und so, kann's voll fußen gehen. Also ich halt, ähm, werde ich das nicht hinkriegen. Das ist fix so. Wir können's gern nochmal versuchen, aber das, wir sind auf Selbien auslassen hier. Und ich denk, die Sperre sind sogar zu wenig. Ich weiß nicht. Lassen wir's gut sein. Wir haben's versucht. Wir werden's wieder versuchen. Wir wissen ja, wo er ist. Ich sag euch was, nämlich, ich werd nämlich, ähm, werd das so machen. Ich werd jetzt anfangen, mit ne Base zu bauen. Weil dann hab ich fix so Handwerksstufe, äh, 5, 6 oder so, was auch immer. Ich glaub, 5 ist das Maximum. Aber dann hab ich das fix so, und, und, dann kann ich mir die kleine Hauptbude bauen, und kann Munition machen. Kann man so richtig auf ihm losballern? Wo macht man sich denn mit Base? Hier auf dieser Insel. Ich mein, die Insel ist nicht grad so sexy. So, so ne kleine Hütte. Muss nix grosses sein. Ich bin nur ein Mann. Alleine hier. Hab hier keine Frau. Alleine, so man alleine. Ich hab keine Frau, ich hab kein Geld. Hallo? Also, ich muss jetzt herstellen. Oh Gott. Nein, ich brauch die Axt wieder. Ist meine Axt kaputt gegangen? Brauch ich ein Seil? Was ist das hier? Achso. Es zieht mich schon an. Ich hätte ihn schon gern geteilt jetzt, aber ich hab einfach keine Chance. Das Video wird heißen. Leider noch zu schwach. Irgendwie so. Keine Ahnung. Kein Plan. Wir müssen uns besser vorbereiten. Und ich hab mir gedacht, dass der so schwer und so. Ah, das wird schon gehen. Naja, das geht schon. Blödsinn geht da. Dass man furzen geht mit dem Speer. Aber das ist auch ein brutaler Heir irgendwie, ne? Springt so direkt mal aus dem Wasser, um mich zu holen. schon hardcore der Typ. So, was brauche ich denn? Ah ja, gut. Ich drücke immer wieder falsch. Ich kann sie immer noch nicht. Ich brauche zweimal so ein Ding. Okay, jetzt kriege ich hin. So, und dann machen wir das. Aber wie war das? Gedrückt halten, ja. sich echt verbiegen, um das so richtig zuzuweisen. Gut. Dann brauchen wir Holz. Gar nicht mal so viel Holz. Das geht nicht. Das ist, äh. Ich hab gar nicht mal mehr so viel Holz zum Abwahren hier. Aber ich verstehe echt nicht, warum es keine Regale gibt. Irgendwie vollziehen. Das war halt. Gibt für mich einfach keinen Sinn. Das war nur so ein kurzer. Geh ja mit. Ich weiß, warte, aber ich könnte was machen, kurz. Perfekt. sobald ich eine Herbohne habe, versuchen wir es nochmal. Das auf jeden Fall. Wenigstens weiß ich jetzt da schon mal, wo er ist. Ist das auch schon gut. Muss ich halt noch die anderen finden. Ich weiß gar nicht, was es gibt. Ich glaube, es gibt eine Riesenschlange. Es gibt einen Riesen-Aal oder so. Und mehr weiß ich nicht. Also diesen komischen Aal oder was auch immer das sein soll, habe ich ja schon mal entdeckt auf dem PC. Ne? PC-Vision. Oh. Schlange habe ich keine Ahnung. Ich muss mal googeln hier ein bisschen. Ich würde die Art Worte irgendwie so aufzeigen lassen, dass es gut ist. Ich weiß ja gar nicht, wo ich bin. Ich weiß ja gar nicht, wo ich bin. Gut. Gut, 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 gut. Da haben wir uns jetzt ein wunderschönes Haus. Die Kokosnuss muss hier weg. Ich brauche hier ein bisschen Platz. So. Da schieben wir alles mal hier rüber. Das brauche ich jetzt nicht. Weg damit. Ups. Wir brauchen hier Platz. Hier kommt mein Schlafzimmer hin. Brauchen wir hier ein bisschen Platz hier. Abgang. So, wie war die Gewerbung? Da sind die Dinger. So. Machen wir das hier hin. Keine Ahnung, wo wir es hin machen. Boah, wir machen eins so. Zack. Boah, da hämmert sich auch wieder wo lang mit dem Hammer drauf. Okay. Dann gleich noch eins. Dann gehen wir das daneben hin. Gut. Kriege ich jetzt noch eins hin? Ja, ich hätte noch genug Holz. Kann ich das hier hinklatschen? Nee, warte mal, da sind die Sterne im Weg. Abgang. Brauche ich jetzt nicht hier. Gehen sie weg. Bitte gehen sie weg. Gehen sie weg. So. Nein, das war das Weile schon. Nein, schön. Es wird nur so ein Vierer-Ding. Mehr brauche ich echt nicht, glaube ich. Das ist eigentlich nur gekommen hier. So, habe ich noch mehr. Oh, ich habe es nicht sogar noch. Oh, wie viele Leute habe ich? Nein, ich habe es dritten. Ja, jetzt ist gut. Guckst du, ein Vierer-Ding ist aber schon klein. So. Dann, äh. Gehen sie weg. Gehen sie weg. Brauche ich eine Wand. Boah, es geht auch. So, so. Eine Bretterwand. Ich habe ganz zuverlässig zwei Bretter. Das geht. Na gut, weiter. Wir brauchen auf jeden Fall noch Holz. Sonst wird das hier gar nichts. Dann wird das einfach ein Fundament und ich hänge hier fest. Das ist nicht gut. Okay. Oh, fuck, Alter. Jetzt komme ich erst drauf. Der Sturm ist ja viel zu laut. Da spielt es einfach definitiv viel zu laut, ne? Definitiv. Viel zu laut. Ja, keine Ahnung. Das ist bald schon. Kann man lassen. Oh no, die Kokosnuss rollt weg. Wie geht es mir eigentlich? Ich muss was trinken dann. Okay, ich kann nichts mehr nehmen. Super gut. Das ist die Frage. Warte mal. Wie kommen wir von hier rein? Hätte ich gesagt. Also hier kommt die... Ach, das ist echt lang. Das ist echt ein Dingsling, aber juckt nicht. Passt schon. Also, der mit. So, wir kommen von hier rein. Jackson. Die Tür braucht man nicht, oder? Ich meine, das ist ja nicht so, als würde es da ein Brecher geben. Oder? Nein, ich denke nicht. Vielleicht kommt mal so eine Grabe rein und so und sagt Hallo. Beißt man den Fuß? Also, zwickt man den Fuß, während ich hier penne? Aber sonst besieht sich hier nichts Großartiges. Gut. Dann möchte ich gern ein Fenster haben. Das ist ganz wichtig. Das möchte ich hier haben. Ich möchte an die... Ach Gott, keine Stimme mehr. Ich möchte an die Aussicht genießen. Muss auf die Zeit achten. Oh ja, ist egal. Hier kommt unser normales Fenster. Obwohl, das ist auch eine schöne Aussicht. Nee, eigentlich nicht. Passt schon. Und hier mache ich auch so ein Fensterding hin. Da mache ich auch noch so ein Fensterding hin. Das ist alles gut. So. Hä? Hau drauf. Hau drauf! Gut. Habe ich noch genug Holz? Müsste eigentlich noch genug haben. Dach brauche ich auch noch, weil wenn es zu hell ist und die Sonne, ne, macht mich dann fertig. Hau drauf. Halli, hauli, 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 mauli. Meine wunderschöne Hütte. Ich habe kein Holz mehr. Ich kann doch mal so eine kleine Wand da hinbauen, hm? Wieso eigentlich nicht? Wenn das mit dem Dach hinhaut? Nee. Nee, sagen die, mein Hammer ist im Arsch. Oh no. Und so, was trinken hier? Oh no, mein Werkzeug. Ich brauche zweimal Stein, einmal Seil. Das kriegen wir doch hin. Das kriegen wir doch gleich hin. Oh gut, ein Seil kriegen wir schon hin. Dann bauen wir nur noch zweimal Stein und dann sticken und dann haben wir einen Hammer wieder. Steine hatten wir hier. Und dann ganz schön. Ah, das passt dann schon, oder? Ich will hier nur unbedingt Stufe 5 erreichen, Handwerk-Ding. Ich werde dich gleich essen in der Zwischenzeit. Ich will das. Ich will das erst da trinken. No, das war nicht richtig so. So, wappen. Und essen. Alles gut. Gut. So. Reicht das? Ich hoffe doch. Vielleicht reicht's für die restlichen Wände. Lass mal platzieren, lass mal platzieren hier. Ich drück's schon wieder falsch. Ich weiß nicht, warum ich da immer wieder falsch drück. Und hier dann wieder so eine kleine Wand. Äh, ist das was? Ist das was? Ich weiß nicht. Das ist vielleicht der größte Rotz hier, was ich hier barf. Ich will THERE más. Ich weiß nicht. Töööööööööööööö. Lass mal gucken kurz. Wir brauchen ein Dach. Wieso kosten Dächer? Warum kostet das alles Holz? Ich versteh's nicht. Ich versteh's nicht. Ich hab aber auch kein Holz mehr. Ich hab sonst gar keine Balme mehr für mich irgendwie, ne? Wenn ich die jetzt alle wegmach. Oh, den krieg ich auch noch weg. Ich will jetzt nicht alle Balmen wegkloppen, nämlich. Aber ich weiß ja nicht, ob die Kokosnuss, ob da wieder was nachwächst, ne? Darum würde ich ungern jetzt alle Balmen wegkloppen. Obwohl im Endeffekt, irgendwann einmal hätte ich sowieso einen anderen Inseln des Holz holen müssen. Also, ne, also. Jetzt glaub ich mal, oder? Drop this. Shit. Wo ist es denn? Hat er nicht noch eins? Jam it. Und Holz fächst wieder nach. Durch richtiges Recycling wird aus Karton, Karton. Nur mal so zur Info. Ich brauch ein Dach. Über den Kopf. Über den Dach. Das, was mir sagt. Weiß nicht. Mach mal. Ja, wir machen einfach die Easy-Dächer hier, ne? Das war jetzt nicht so spektakulär geil aus. Aber ey, komm. Was schon am PC habe ich es auch nicht anders gehabt. So, es funktioniert. Eins noch. Nein, dammit. Ich hab gar kein Holz mehr. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Hm. Hm, hm, hm. Warte hier. Warte hier. Also eigentlich hätte es gereicht. Hier mal Holz. Egal. Jetzt will ich schon drauf fahren. Meine lächerliche Hütte. So, da la la. Das machen wir jetzt noch schnell und dann sind wir eigentlich fertig hier. Ehrlich gesagt. War nichts Großartiges. Ich hab's versucht. Ich krieg diesen Fisch nicht kaputt. Der ist einfach noch zu brutal für mich. Und dieser Typ ist einfach noch zu brutal. Aber. Das nächste Mal. Ich muss nur Stufe 5 bereiten. Ah, ich hab... Oh, ich hab... Nein. Benötigt. Habe nicht. Wenn ich das fertig hab, kann ich doch Stufe... Bin ich doch Stufe 5 schon, oder? Kannst du mir nichts erzählen jetzt da? Ja. Physisch. Was macht man eigentlich physisch, ne? Ich weiß gar nicht. Handwerk ist noch nicht annähernd, soweit. Na, hallo, ich hab meine Hütte gebaut und Handwerk ist noch nicht mal annähernd, soweit. Hat sich das wenigstens geändert? Ne, gar nicht, gell? Und hässlich ist die Hütte auch noch. Oh Gott. Egal, oder? Die Hütte ist ganz weg hier. Ja, muss sie nicht. Was sind das eigentlich hier? Hüme. Türen, das hier. Türen, das hier. Türen, das hier. Flaggenstange. Oh ja, das bauen wir jetzt. Eine Flaggenstange baue ich jetzt. Brauche ich aber noch ein Ding. Einmal Saal. Warte mal, da war doch noch so ein Juckerding, oder? Die ich abflicken konnte. Eins, zwei, drei, vier. Zweimal Saal brauche ich, oder? Hä? Sind da echt nur vier dran? Egal, ich hab hier nochmal ein Jucker irgendwo. Jucker, Jucker. Jucker, Jucker, Jucker. Hier. Eyo, gib's mir. Wird schon ziemlich finster hier. Faser, Faser, wo bist du? Komm, einmal noch. Mischst du denn nicht mehr getroppt? Oh, war da hier was? Super. Ja, Terese, Perio. Hier drin, okay. Alles nur Blödsinn. Jut, jut, jut. Wenn ich diese Flaggending da hab, ne? Bieten das dann irgendwie an? Zeigt die, die, die Base? Könnte möglich sein, oder? Könnte möglich sein. Zweimal sein, einmal Ding. Ja, das kriegen wir hin. Oh no, das will ich nicht. Hallo, lo. Ach, Diameter, jetzt muss ich das echt anders machen. So, und wo hab ich denn das Ding? Und jetzt... Kann ich die da oben hinklatschen? Nein, geht gar nicht. Hä? Wieso geht das nicht? Ein paar mehr Informationen darüber werden jetzt gewesen. Brauche ich echt einen Turm, ist das da? Oh, warte mal. Vielleicht kriegt... Nein, das kann nicht sein, dass ich das da drauf krieg. Mann. Für was kann ich denn das bauen? Das verstehe ich nicht. Der gibt für mich null Sinn. Da gibt für mich null Sinn. Ah, Judo, das ist ja egal. Wir machen in der nächsten Folge einfach weiter. Ich hab's leider nicht geschafft, äh... Stufe 5 zu erreichen. Hoffentlich in der nächsten Folge. Und dann werden wir... versuchen... dieses Seeum-Geheuer zu killen. Aber es bockt echt nicht. Das bockt leider echt nicht. Na gut. Dann, äh... bis zum nächsten Mal. Macht's das gut. Hat Ryan und immer brauche es an. Tschüssi.